Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Soll ich euch mal was sagen? Ich hab grad richtig Bock. Ich hab jetzt mal wieder zwei Wochen oder so nicht gespielt. Gefühlt zumindest. Ich weiß nicht. Ähm, ich bin grad sehr gespannt. Ich hoffe, die Runde läuft gut für uns. Unter mir. Nein! Ich hab gesagt, ich möchte Spaß haben. Das ist halt einfach Legend. Ähm. Ja. Äh, was ich noch anmerken wollte. Ich glaube, meine Performance als Survivor war die letzte Zeit nicht so gut, denn meine Mitspieler, ähm, haben so um die 200 Spielstunden. Oh, block mich doch nicht! Ich bin verletzt! Danke. Ähm. Ja. Die haben um die 200 Spielstunden. Das heißt, ca. 1000 Stunden weniger als ich. Und, ne, das MMR matcht einen ja quasi nach... nach Qualifikation. Ne? Nennen wir's mal so. Ähm. Die BD hat mir sehr viel über mich verraten. Äh. Äh. Ja. Es ist, wie gesagt, jetzt auch schon zwei Wochen her, dass wir Rank Reset hatten. Und ich bin immer noch auf Asche 3. Also ihr wisst, ihr seht, ich habe nicht gespielt die letzten Wochen. Wir haben heute den 25.09. Ähm. Ja. Wobei, der Rang soll ja total boogie sein. Äh. Der Rang gibt uns nur Bonus-Blutpunkte. Wir haben übrigens Ruinen. Da, wo ich am Anfang stand, war ein Totem. Das hat aber nicht geleuchtet. Nicht heilen? Nein. Ich weiß nicht, ob er hier oben ist Äh, er hat ein Disconnect, oder? Hä? Wait Wow Server Ist das uncool? Okay Ähm Der Server ist hier ein bisschen am Strugglen, ihr habt's gesehen Das ist doof, weil solche Runden, das bedeutet oft, dass die Hits nicht so ganz erklärbar sind Also, dass du zum Beispiel geschlagen wirst und getroffen wirst Obwohl in deiner Sicht der Killer fünf Meter hinter dir ist Ich würde trotzdem gern ruinlos werden Auf Liedschirm kann ich voll verstehen, dass man Ruin spielt Okay, das bringt eigentlich nichts, er wird ihn jetzt hierher hängen Na, lauf doch, ich wollte gerade hinter dich gehen Was tust du? Mist, hier ist nicht die Treppe, wo ich runterspringen kann Kommt hier in den Keller? Ist das der Keller? Nein Oder nicht Ja Ich weiß auch nicht Ob er Nurse's Calling hat Eventuell hat er Nurse's Calling Ist hier jemand zum Tanken? Äh, hat er sich sterben lassen? Warum? Oh je Das, ähm War doof, aber er hat Gott sei Dank Raserei an Er hätte mich richtig schlagen können Dann wäre ich am Boden gewesen Oh Ja, Mist So Erster Trick Wenn hier jemand hinter euch die Treppe hoch rennt Biegt einfach ab Indem er aufhört zu rennen Und er sieht nur noch die Spuren desjenigen, der vor euch oder hinter euch gerannt ist Das hat schon ein paar Mal funktioniert Ich bin sehr stolz Aber warum hat sich der eine sterben lassen? Oder war die Zeit abgelaufen tatsächlich? Ich hab halt nicht drauf geachtet Weil ich ja mit Lidschen zu tun hatte Hier oben kann kein Totem sein, oder? Ich hab ein bisschen Respekt, muss ich sagen Vielleicht Arbeitet Mac ja gerade an dem Jen Immer noch Ruin aktiv Ich hab Angst vor Nöd Ah, was soll's? Ich hing noch nicht Wo ist ein Jenner-Räder? Der ist auch an Das hatte ich eine gute Arbeit Ich werde mich heinte Aber schalte Er lässt sich auch nicht heilen. Er lässt sich auch nicht heilen. Er wird nicht gejagt. Ich ziehe jetzt hier durch. Äh, war das jetzt nöt? Oh, nur Moment, du. War das jetzt grad... ...genialerweise nöt? Das wär richtig genial gewesen. Ich hab nicht drauf geachtet, ob wir rechts kurz... Obwohl, solange er keinen geschlagen hat, sehen wir es ja nicht, ne? Ob wir gegebenenfalls den Totenkopf hatten. Weil Ruin ist da. Oder es war undying. Aber trotzdem wäre, glaube ich, das Fluchzeichen kurz weg gewesen, ne? Selbst wenn wir... ...wenn das jetzt ruin gewesen wäre... Ist das dein Ernst, Dwight? Was ist das? Es tut mir echt leid für Mac. Es tut mir echt leid für Mac. Ich weiß, Dwight wäre tot gewesen und er hat sich halt nie hochheilen lassen. Wenn er gegebenenfalls full life gewesen wäre, hätte er nochmal einen mit tanken können. Es tut mir leid für Mac. Aber Dwight ist halt einfach direkt raus. Ich weiß nicht, warum er sich nicht hat... Ah ne, das ist... Warum er sich nicht hat heilen lassen, die ganze Runde. Ich wüsste jetzt gern... Ich weiß halt, wo die Luke ist. Mac war überhaupt nicht in der Nähe der Luke. Ich möchte gern kurz warten. Ich wüsste gern, was der Killer für Perks hatte. Ob wir tatsächlich in dem Moment, wo ich den Jen angemacht habe, den letzten... Ob eine Sekunde später tatsächlich nöt zerstört wurde. Weil als ich gerade auf Zuschauen geklickt habe, stand oben rechts da in gelb Ruin. Also er hat Ruin, glaube ich, nur auf Stufe 1. Das war kein Nö, das war Unsterben. Okay. Okay. Undein. Uneinigkeit. Schade. Ich meine, wir sind rausgekommen, warum er sich hat sterben lassen. Oder ob er gestorben ist, ich weiß es nicht. Aber er hat uns gefehlt. Wenn wir ihn noch gehabt hätten jetzt am Ende, hätten wir es, glaube ich, alle rausschaffen können. Schade, schade. Schokolade. Aber gut. Ich finde, die Runde war ganz okay. Ich habe mich nur am Anfang ein bisschen doof bei der ersten Jagd angestellt. Aber sonst war es eigentlich okay. Ja, und mit diesem Mindset gehen wir in die nächste Runde. In die nächste Folge Dead by Daylight in zwei Tagen. Wenn ich gerade richtig bin. In zwei Tagen sehen wir uns mit Dead by Daylight wieder. Bis dann, bleibt gesund, macht's gut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.